so und hier ist kein schalter das ist ein ausgang okay stichwaffen fertig und vier stufen okay fleisch 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 und leere wo sind wir jetzt da ging es ja hinter podest also eigentlich wollte ich ja nachdem wie ich mit dem titan fertig sind in die burg gehen weil wir standen hier in der kreuzung konnten wir dahin gehen oder dahin gehen deswegen nehme ich an dass die burg genauso schwer ist wie die tarn was hinter den jeweiligen liegt ist wahrscheinlich schwieriger also das ding da wird schwieriger sein als die burg das will ich jetzt eigentlich damit sagen na gut gucken wir mal also da geht es zurück wir haben keine auswahl möglichkeit also gehen wir da lang lange schlucht so weit so gut keine auswahl möglichkeit also da lang und keine auswahl möglichkeit also da lang das sei jetzt aber nicht aus wie ein protest und wir sind im sumpf land gut steht in die hand gucken wir mal was kommt da angeflogen das ist kein guter start die gegner hier vergiften schon mal so rauf da hallo okay das sind mal irritierende gegner so wie viel hältst du aus eine ganze menge also hält so viel aus wie ein bienenschwarm aber vergift ist auch noch jedenfalls die spucke ist vergiftend vielleicht sollte man einfach ganz schnell mit dem nahkampf gehen um das zu füllen zu verhindern erst mal aber heilen und dann schauen wir mal ob ich irgendwo auch gegen giftränke finden wir haben sonst nur noch ich glaube vier oder fünf die werden nicht für einen ganzen dann schon reichen auch noch so denn ja mal komm her kann man nicht weglaufen und wieder ranlaufen das bringt nichts einfach durch ja genau und wir sind schwach und unbeweglich und ein amulett die pfeife des feurigen rufens die ist federleicht ok speichern wir mal kurz nur für den fall dass es so ein einmal dingens ist benutzen nein in der hand halten gibt nur ein sound hier passiert nichts also woanders dann wohl schon na gut das kommt man den quest sack da eine münze ist immer gut und noch heiltranken das ist auch immer gut dann schauen wir weiter und noch mal nach auf dem boden das ist schon mal was positives bei diesem dungeon gegner die heiltränke droppen und man trägt die vom boden rumliegen das an sich negative ist halt vergiftende gegner bisher genau du aber die scheinen ja ein bisschen zäher zu sein äh träger zu sein das heißt eigentlich können wir die gut bekämpfen jetzt müssen wir nur noch austesten ob deren gift wirklich nur ein pferd so viel dazu ob deren gif hallo ich wollte ausweichen also ich nehme alles zurück was ich überträge gesagt habe so was ich jetzt aber eigentlich testen wollte ist ob sie auch im nahkampf vergiften oder nicht weil sonst könnten wir jetzt einen gegengift trank trinken und äh einfach sobald wir die dinger sehen sofort im nahkampf stürmen so eine heilung müsste noch drin sein schon mal und sonst können wir einfach ganz kurz zurücklaufen in den anderen dungeon da ist ja beim eingang quasi gleich der raum gewesen mit den beiden altären also mana und oder flackert was mana und heilalter obwohl da immer noch diese drei vier bienen dinger sind das ist ne das ist nicht so gut müssen einfach zähne zusammenbeißen und sie ein bisschen umgucken vielleicht finden wir auch hier gegengifte war ja bisher immer so dass da wo gift kreaturen waren auch gegengifte zu holen waren auch wenn das verhältnis meist nicht besonders gut war was zur hölle ein riesen frosch ähm okay du hältst sehr sehr viel aus und deine warzen greifen uns mit dem takeln an die gegner werden immer komischer aber bisher wurden wir noch nicht großartig getroffen jetzt wissen wir noch nicht wie viel schaden der macht also entweder wurden wir noch nicht getroffen oder er macht sehr wenig schaden verhält er einfach nur viel aus das kann ja auch sein oh ne aber sehr viel war das nicht es ist machbar nur halt nervig weil wir durchgehend gift schaden bekommen aber ja das können wir mal kurz testen also du trinkst jetzt dein nein du trinkst jetzt dein gegengift dann können wir auch gleichzeitig testen ob der hier auch vergiftet und wenn das nicht kriegt wenn er nicht vergiftet dann testen wir bei diesen schlammfrauen ob die im nahkampf vergiften so du bist endlich tot was hast du bewacht ein stein wow okay hallo komisches ding speichern ich muss irgendwie gerade an die frau unten im meer denken die könnte man ja auch einfach so ansprechen und egal was man gesagt hat sie hat einen umgebracht gucken besser was hier noch so rumliegt warum wurde ich jetzt weggebracht ach da ist ein dreher drin da war doch ein dreher drin na gut da ist noch eine illusions wand aber wir haben ja abgespeichert sprechen wir sie einfach mal an komm jetzt keine angst vor den frauen haben was bist du kannst du sprechen falls du wirklich mit mir sprechen willst ich muss eine möglichkeit finden dich zu verstehen wurscha ja wurscha ist wirklich schwer zu verstehen hm was ist mit der triller pfeife vielleicht können wir die hier irgendwie benutzen falscher sack und triller hier passiert nichts hm schade reicht es für eine heilung ja schön dann gucken wir einfach hier mal lang vielleicht ist der gleich um die ecke hier irgendwas um sie zu befreien oder zu verstehen oder wow hey den kennen wir doch von ganz am anfang einer der helden den man auswählen konnte sah genau so aus ebenso koppelnartig und die halten nicht viel aus das ist schon mal schön das ist sehr schön gegner die schnell sterben sind immer gut wenn er jetzt noch heiltränke droppen würde wäre ja perfekt so da geht es nicht durch dafür sind es viele das ist kein problem das macht immer wieder spaß einfache gegner also in anführungszeichen einfache gegner wo man sich so einfach durchprügeln kann ohne auf gift zu achten oh kiste oder sonst irgendwas so wenn da ist noch eine rüstung drin ist wäre ich super happy münze heiltrank gegen gift auch alles schön zwar keine rüstung aber trotzdem hat es sich auf jeden Fall schon mal gelohnt hier rein zu gehen wir sollten mal die frau markieren ähm warum hat er jetzt nicht markiert frau enter rechte maustaste rechte maustaste so und hier war noch eine geheimtür können wir da irgendwie rein hier flackert nirgendwo was hier auch nicht hier auch nicht na gut das war es dann wohl an geheimtüren gehen wir mal zurück zum hauptweg und schauen hier lang überall steine hm haben wir noch steine nur ein den sollten wir auch im rucksack lassen aber allgemein falls wir wieder auf den dungeon treffen wo wir jede menge druckplatten rätsel haben können wir vorher hierher gehen und ein paar steine einsammeln dafür denn wir die blöcke nicht verbrauchen du drohst mir prügel an du kleiner wicht na komm stirb da liegt auch wieder ein mana trank hinter dir au du hast aber ganz schön viele freunde mitgebracht da kommt her und der nächste bitte genau du kommt keiner zum schlagen das macht ja richtig spaß hab ganz vergessen dass kämpfen auch spaß machen kann in dem spiel hier so stirb oh aber wir sollten trotzdem vorsichtig sein besonders viele lebenspunkte und mana haben wir ja nicht über auch wenn wir jetzt schon so viele mana tränke gefunden haben da könnten wir eigentlich zwischendurch mal einschlucken aber ne ne nicht so lange das nicht sein muss sobald wir jetzt auf irgendeinen schwierigen Gegner stoßen dann vielleicht ja bis dahin können wir das noch auskosten so eine heilung ist auch noch drin und dann ab um die nächste ecke ich höre noch so ein goblin ding so weit so gut genau du kannst sterben ja das sind definitiv meine lieblingsgegner von den drei die wir bisher hier gefunden haben im dungeon also die lehmfrauen sind genauso nervig wenn nicht nerviger wie die bienen dinge und hier flackert was und diese frösche halten viel zu viel aus wir sind schwach und unbeweglich wie viel denn schon ach nur ein punkt das geht doch komisches grunzen im hintergrund ist das die kröte ich habe vorhin gar nicht drauf geachtet was für geräusche die kröte gemacht hat und die schleim frauen ich glaube die schleim frauen haben gar keinen sound gehabt oh 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 lebenspunkte lebenspunkte äh heiltrank manatrank und heilen ja das passiert wenn man leichtsinnig wird ah das war eine schöne heilung gut dann prügeln wir jetzt die beiden hier noch runter und danach pausiere ich mal um das mana ein bisschen hoch zu bringen so du auch noch okay ich töte die beiden und gucke dann noch ein stückchen weiter tja nur so ein kleines bisschen ob bin ich vielleicht irgendwo noch eine geheimtür was ist das oh teleporter mag ich nicht unbedingt oh noch mehr kleinen kram das ist ganz schön weitläufig der dungeon da ist ein teleporter da ist ein teleporter da ist ein teleporter so und jede menge geheimtüren müssen wir immer schön darauf achten ob da irgendwo was flackert oder nicht weil die werden ja erst auf der karte angezeigt wenn man sie direkt vor sie stehen hat nicht wenn das nur so am angrenzenden feld ist oder dergleichen du stirbst auch noch dann gucken wir in die tru rein und dann machen wir die pause bin schon wieder am aufschieben so wir haben einen heiltrank und das war's na gut abspeichern und bis gleich auf hier so es die 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 Vielen Dank.